Was sind die besten Kohlenhydratquellen für die ketogene Ernährung? Keto und Kohlenhydrate, da denkst du dir jetzt vielleicht, das stimmt doch gar nicht. Doch, du nimmst auch bei der ketogenen Ernährung ein paar Kohlenhydrate zu dir, zum Beispiel bis zu 30 Gramm am Tag und diese nimmst du zu dir in Form von Gemüse oder Obst. Und idealerweise ist es viel grünes Gemüse, ein bisschen buntes Gemüse, nicht ganz so viel und bei Obst sind Beeren zum Beispiel sehr wertvoll. Du nimmst außerdem Kohlenhydrate zu dir in Form von Milchprodukten und sogar Eier enthalten ein paar Kohlenhydrate.